Liebe Freunde der Freiheit, wir sind hier in Wittenberg zur Reformation 2.0. Und soeben ist die Auftragskundgebung zu Ende gegangen und der Aufzug setzt sich jetzt in Bewegung durch Wittenberg. Wie ihr seht, sind wieder jede Menge Leute nach Wittenberg gekommen, um hier dabei zu sein und eine Reformation dieses Systems zu demonstrieren. Und auch wir sind mit dabei, auch ich werde zwei Thesen beisteuern zu den 85 Thesen, die wir heute hier aufstellen werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.